Hallo ihr lustigen V104 Fans da draußen und herzlich willkommen hier bei der Erinnerungsaufbereitung von Dima aus dem DLC Far Harbor. Ich habe eine schlechte Nachricht. Man kann tatsächlich hier drinnen nicht speichern, was ich ein bisschen ärgerlich finde. Ich wollte eigentlich gerade eine Aufnahmepause machen, aber jetzt muss ich weitermachen. Wir gehen weiter. Ich muss noch mehr so in diesen Rätseln machen. Also ich finde es langsam aber sicher... Oh Gott. Langsam aber sicher ein bisschen arg viel. Meiner Meinung nach. Oh Gott, ich muss ja einen Weg finden, da rüber springen zu können, ne? Es ist zwar cool gemacht, aber die Kombination aus... Ich kann hier drinnen nicht speichern und es ist dann doch irgendwie immer das Gleiche. Macht die Sache halt jetzt nicht unendlich spannend. Na? Wat? Scheiße. Jetzt muss irgendwie eins höher. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das eins höher machen soll. Hallo? Kommst du da raus? Also theoretisch müsste es... ...einfach eins höher. Was? Ich kann ja nicht hochspringen. Okay, doch, kann ich. Vielleicht kann ich das einfach anders machen, oder? Wenn ich das hier vielleicht da raus mache. Ich muss ja bloß irgendwie die Dinger hier wegbekommen, ne? Na? Ach, jetzt klipp doch ran. Das nervt. Na, jetzt. Es funktioniert nicht so wie gewünscht. Boah, ey, das einzige, wo ich ran will, geht's nicht ran. Seht ihr, was ich meine? Das ist der Faktor, den Mörb gemeint hat, als er sagte, das nervt. Echt jetzt eh. Nein. Ach, komm jetzt eh. Bis hier, das Bauen war schon lästig. Und das ist jetzt hier mega scheiße. Jetzt habe ich das da mal entfernt. Keine Ahnung, ob mir das weiterhilft. Da wäre der Nächste, den ich mir holen kann, so wie es aussieht. Boah. Na, was soll's. Wir kommen eh nicht drum rum. Zum Glück sieht man so weit. Wenn man so ein Ding schleppt. Ich habe übrigens keine Ahnung, was passiert, wenn ich da runterfalle. Habe ich keinen lassen Schimmer. Ich will auch gar nicht wissen, ob ich es rausfinden möchte. Im schlimmsten Falle muss ich alles nochmal machen. Wahrscheinlich alles nochmal. Alles. Das traue ich dem Spiel gerade eben ein bisschen zu. Noch einer. Boah, fuck ey. So, und jetzt? Jetzt kann ich... Wenn ich das jetzt hier ein paar hochbaue... Na. Noch ein bisschen höher. Okay. Jetzt habe ich da wieder was abgebaut. Das ist nicht wahr, ey. Jetzt muss ich noch... weiter darüber. Wahnsinn. Wie viele gibt's denn davon hier? Hoffentlich ausreichend. Ganz da oben ist auch noch eins. Oh yeah, ja, ja, ja. Die werden mir echt... Nicht ausreichen. Links und rechts überall diese Klippen, ne? Zum Glück fallen die Dinger nicht runter, nachdem man sie... so umgebaut hat. So umgebaut hat. Ich muss noch mehr von den Teilen besorgen. Ich weiß, ich könnte jetzt hier von der Brücke welche holen und springen, aber ganz im Ernst, ich habe Angst vor dem Sprung. Ich habe vor diesen Sprüngen Angst. Oder? Vielleicht auch nicht. Gut, zwei weit kann ich machen. Um... Oh, fuck. Ne. Sorry. Nein. Da springe ich nicht hin. Komischerweise springe ich da hin. Ich weiß auch nicht warum. Also ich hatte gerade eben echt einen Schreck gekriegt, als ich das gesehen habe. Hopp. Boah, ich glaube, das war knapp. Eh. Probier mal unser Glück nochmal. Äh. Gar nicht doof. Nö, nö. All good in the hood. Na. Komm, lass dich da ran machen. Fuck, ey. Ich hoffe, ich brauche diesen Weg zurück nicht. Ich hoffe, es ist echt. Ich glaube, dass das, dass ich mich gerade eben hier zubaue. Ist nur so ein Gefühl. Mhm. Pff, ist immer noch viel zu weit. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht versehenlich dagegen springe und dann runterfalle. Oh, oh, oh. Oh. Nein, will ich nicht. Och, nö. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Darf ich den ganzen Scheiß nochmal machen? Oder? Ah, nee, doch nicht. Gott sei Dank. Hoho. Gott sei Dank. Jetzt bin ich aber am überlegen, ob ich nicht irgendwie geschickt daran komme. Eventuell von der Seite. Das scheint mir kürzer zu sein. Gott sei Dank muss ich nicht alles nochmal machen. Das wäre aber auch ein bisschen viel gewesen, finde ich. Ich tue hier Blöcke, verschieben und es ist nicht Tetris. Ich hasse jetzt schon das Gehirn von Dima. Dabei weiß ich noch nicht mal, was der Typ alles angestellt hat. Meine Güte. Na. Klicke die Klick. Und das da bitte auch noch. Das Geile ist, ich kann da jetzt nicht springen. Weil da ist ein Sprungverhinderer direkt über mir. Okay. Der Strahl kommt. Ich baue hier einfach bloß schon mal ganz, ganz kurz den Weg fertig. Ach, Mann. Sag mal. Das ist doch gemein. So, jetzt ist der Strahl auf jeden Fall schon mal hier am Reinfliegen. Aber was hilft mir das? Momentan nicht viel. Ah, jetzt wird der Strahl übertragen. Wohin? Irgendwie da hinten hoch. Jetzt muss ich irgendwie da drüben... Okay. Jetzt muss ich irgendwie da hinten hin. Großartig. Und das machen wir da hin. Ja, ja. Ich bin im Blockgeschäft und mir... Spiele Blockoland. Spiele Blockoland. Wer das hier gemacht hat, der kann Minecraft, glaube ich, für eine lange Zeit nicht mehr angucken. Aus irgendeinem Grund entwickelt man eine Aversion gegen Blöcke. Okay. Der letzte. Den ich hier brauche. Ich bin mir sicher, dass ich dich jetzt gleich hier irgendwo brauche. Jetzt komm. Lass dich ablegen. Lass dich ablegen! Bevor ich aggressiv werde. Scheiße. Ich bin ja noch lange nicht fertig. Fuck! Ich komm da nicht hoch. Ähm... Boah. Ich brauche jetzt hier wieder diese Blöcke. Schön. Wirklich fantastisch. Wie weit kann ich die setzen? Nicht so weit. Hoppala. Ich hab doch keine Ahnung, wohin das führen soll. Ich würde das am liebsten nach unten hin bauen, damit ich eine Treppe hier hochsetzen kann. Ach, komm. Kann ich jetzt da unten was hin machen? Immer noch nicht. Schön. Was soll mir das denn bringen? Wo muss denn der Strahl überhaupt hin? Ich muss irgendwie da hoch. Moment. Moment. Ich muss hier hoch. Ja. I see. Das Problem ist... Ich weiß nicht, was ich hier tue. So, Moment. Ach, komm. Ich muss jetzt diesen scheiß Strahl irgendwie umlenken. Wo bin ich? Ich hab die Orientierung verloren, mitten im Gucken. Ich brauch noch mehr Blöcke. Okay. So. Oder auch nicht so. Wow. Ich muss da unten ran klippsen. Äh. Total vertrauenswürdig, ne? Oh yeah. Wir schaffen's. Irgendwie. Ach, komm. Die Steuerung hier ist ziemlich schwammig. An dieser Stelle. Begeistert bin ich von ihr nicht. Jetzt bin ich immerhin schon mal hier. Da kommt der Scheiß an. Das Problem ist bloß, was mach ich jetzt damit? Und wie komm ich hier jemals wieder hoch? Oh man. Äh. So. Das könnt klappen. Oh fuck. 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 Da oben sind auch Blöcke. Gut. Jetzt hab ich noch mehr Blöcke. Das macht mir immerhin das Springen sicherer. Gut. Wie mach ich das jetzt hier? Ich kann das nicht direkt daneben bauen. Na? Da ist noch mehr Blöcke. Ich kann immerhin jetzt nicht mehr runterfallen. Aber auch das Hochspringen ist jetzt nicht unbedingt easy going. Eins. Zwei. Jetzt bring ich den Kollegen immerhin schon mal runter. Das krieg ich schon irgendwie hin. Dafür brauch ich nicht so viel. Ich kann ja stapeln. Auch wenn's nicht leicht ist. So. Ich glaube das dürfte schon gewesen sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Scheiße. So ein Mist. Ach. Come on. Oh fuck. Ist ja nicht mal ansatzweise hoch genug. Wie mach ich das jetzt? Ich muss noch höher werden. Okay. Noch höher. Mhm. Wo geht's jetzt hin? Eins höher muss es noch. Na? Hab ich's jetzt? Was tut es jetzt? Jetzt? Es muss noch zwei höher. Eins, zwei. Eins, zwei. Ja. Das muss irgendwie hier hin. Ach hier hätte ich noch Blöcke. Na toll. Das hätte mir mal jemand auch vor tausend Jahren sagen können. Ich mühe mich ja so volle Kanone ab, ey. Okay. Mhm. Super. Ja. Wenn man das gewusst hätte, ne? Ja. Jetzt ist das weg. Jetzt kann's wieder da hin. Na? Warum willst du jetzt da nicht hin? Warum willst du da jetzt nicht hin? Ich weiß es nicht. Ja. Sehe ich jetzt, was es tut. Es leitet den Strahl jetzt auf jeden Fall da rüber. Aber wo muss der Strahl jetzt wirklich hin? Boah. Da hinten hin. Moment. Vielleicht muss ich aber auch ganz anders vorgehen. Vielleicht kann ich den Strahl auch... Ja. Vielleicht kann ich den Strahl auch einfach hier wieder hinlenken. Das würde mir gerade mal momentan ein bisschen mehr einleuchten. Und ich hätte gerne ein Podest, um an den Kollegen da ranzukommen. Uiuiui. Und ich muss leider gleich einen Cut setzen. Also das Video wird trotzdem 40 Minuten lang sein. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, warum dann gleich ein Cut ist. Der Mörp muss gleich einen Cut setzen. Weil der Mörp hat noch Aufgaben zu erledigen. So Family bezogen. Kinder abholen und so. Ähä. Ähä. Na komm. So. Und hoch mit dir. Und hoch mit dir. Und was mache ich damit jetzt? Man weiß es nicht. Ich weiß mehrere von diesen Teilen hier. Und weiß nicht, was ich mit ihnen machen soll. Super. Ah, ich kann mir meinen Weg wieder bauen. Um wieder zurück zu kommen. Ähä. Äh. Aha. Und. Mehr sind da nicht. Ja, dann hole ich jetzt die Kollegen schon mal runter. Ich weiß ja noch nicht, wo ich die brauchen werde. Ich werde sie brauchen. Das ist mir jetzt schon klar. Aber ich weiß nicht, wo. Wobei. Den hier kann ich glaube ich schon mal mitnehmen. Hoppala. So. Wo geht denn der Strahl jetzt hier wieder zurück? Von hier oben. Okay, ich habe nicht den Eindruck, dass das Sinn und Zweck der Übung ist. Ich glaube fast. Also wenn ich das mache, dann muss er... ...auf dieser Höhe hier quasi wieder umgehen. Ich glaube, ich mache einfach hier zu viel Heckmeck, oder? Kann das sein, dass ich einfach viel zu viel Heckmeck mache? Moment. Jetzt geh doch da ran, du blödes Teil, damit ich die loslassen kann. Ich habe nämlich gerade eine These. Was passiert, wenn ich dich jetzt einfach drehe? Okay, das ging so nicht. Aber. Die blöden Viecher sind mir im Weg. Ja, es müsste einfach eins niedriger sein. Ich müsste das jetzt irgendwie... Aber ich kann die Höhe nicht verändern, so. Boah, okay. Wie kann ich jetzt hier die Höhe verändern? Ich nehme den Kollegen jetzt trotzdem erstmal hier mit. Weil ich sehr sicher bin, dass ich den Strahl jetzt gleich irgendwie hier durchlenken muss. Ich weiß noch nicht exakt genau wo, aber irgendwo hier werde ich ihn durchlenken müssen. Ach, komm, jetzt snap doch ran. Manchmal ist es fragwürdig. Ich muss den Kollegen jetzt erstmal wieder hindrehen, sodass er wieder mir zeigt, wohin der Strahl geht. Und erst dann kann ich wieder damit vernünftig arbeiten. Ich kann schon mal das hier setzen. Okay, der Strahl geht jetzt wieder da rüber. Jetzt springen wir da hin. Hoppala. Hoppala. Wie gesagt, ich reiße mir den Arsch auf und dabei geht er so easygoing da rein. Mörb findet einen alternativen Weg, der deutlich komplizierter ist als der normale. Das ist wie Mörb in der Schule. Oh, fuck. Äh, Moment. Wenn ich das jetzt irgendwie hier weiter unten hinbekomme. Na? Na, komm, lass dich drehen. Und jetzt gucken wir mal, wo der Strahl hingeht. Hilft mir das? Das ist die entscheidende Frage. Also auf jeden Fall geht der Strahl jetzt schon mal irgendwo hin. Es könnte sogar die richtige Höhe sein. Ich glaube, es ist sogar die richtige Höhe. Ich will das nicht bauen. So. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Holy moly. Jetzt müssen wir nur diesen scheiß Weg da bauen. Ich fass es nicht. Irgendwie geschafft. Und jetzt? Jetzt wuseln die Dinger los. Machen wir mal drei Stück da hin. Hier ist immer so diese kritische Stelle. Sicherheitsalarm. Datenverletzung entdeckt. Gegenmaßnahmen eingeleitet. Mach das mal so jetzt hier. Na? Noch ein Datenblock. Wo krabbeln die denn jetzt hin? Ach, das ist... So, der Weg ist ja so kurz. Ja, dann. Ich bin so doof und sehe das nicht. Alle Schutzmaßnahmen natürlich hier hin. Das tut ihr nicht. Halleluja. Gut. Wachbord hat einen aktiven Eindringling entdeckt. Boah, das war eine schwere Geburt. Hohohohohohoho. Noch ein Datenblock. Jetzt fehlt nur noch einer. Da kommt er. Und ich hoffe, der funktioniert jetzt auch so, wie er soll. Vollständige Erinnerung abgerufen. Gut. Du kannst die Simulation jederzeit verlassen. Ach, jetzt bin ich fertig. ...identifizierung. 0Y-8K7D. Konvertierung in Audioformat. Beginne Wiedergabe. Ich habe eine seltsame Aufnahme in den Vorkriegsdaten der U-Boot-Basis gefunden. Die Marines hier waren mit einer fortschrittlichen Kampfrüstung ausgestattet. In der Basis befinden sich noch einige Rüstungen in unterschiedlichem Zustand. Aber es waren weitere Ladungen der Rüstung auf dem Weg zur Basis, als die Bomben fielen. Sie könnten noch in gutem Zustand sein, wenn die Dichtung gehalten wird. Ich habe keine Verwendung dafür, aber man weiß ja nie. Vielleicht lohnt es sich, irgendwann das Ding zu bergen. Zusätzliche Daten angefügt. Positionsdaten der Rüstungsladungen. Koordinaten heruntergeladen. Vollständige Erinnerung abgerufen. Simulation endet in 3, 2, 1. Und jetzt? Ah! Okay, endlich geschafft! Was passiert jetzt? Ich wette, es erleben wir eine böse Überraschung. Das wird doch jetzt nicht konsequenzlos bleiben, dass wir da rein sind, oder? Und jetzt alles wissen. Wow! Wir sind hier und wir können uns frei bewegen. Perfektamente. Gut, dann damit, liebe Leute, würde ich mal sagen... Muss ich jetzt hier tatsächlich einen Cut setzen? Wir werden danach dann hier rausgehen. Bis gleich! So. Und damit bin ich jetzt auch wieder da. Und der Cut sollte hier an dieser Stelle aufgehoben sein. Wir verlassen jetzt hier... den... äh, das ist die Kommandozentrale des Nukleus, wo wir Dimas Zeug gefunden haben. Richtung Nukleus. Und ich bin mal gespannt, ob wir da jetzt einfach rausspazieren können mit den Informationen... ...oder ob wir jetzt abgefangen werden. So. Aha. Hier ist eine... ...zugekettete... ...Tür. Wo führt die uns hin? Wir sind oberhalb der normalen Anlage. Da ist mal wieder ein bisschen radioaktiver Restmüll. Äh, 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 äh. Das auch noch was? Das ist neu. Mir war nicht klar, dass es hier überhaupt irgendwo da oben was gibt. Ein Bunsenbrenner. Das habe ich halt mal den Malpinsel auch mitgenommen, ne? Brauche ich zwar nicht, aber... ...scheiß drauf. Also ich könnte jetzt hier tatsächlich einfach entkommen... ...wenn ich denen diese Technik nicht geben will. Will ich natürlich nicht. Ach, guck mal, wer da drüben ist. Die kann ich von da drüben tatsächlich sehen. Hier gibt es sogar noch einen sauberen blauen Anzug. Hola die Waldvieh. Nein. Warum sollte ich das tun? Aber ich könnte. Das ist krass. Komme ich jetzt hier auch irgendwo raus? Das ist die Nächste. Mal sehen, wie viel Kleber hier rumliegt. Als ob ich jetzt demnächst hier jemand eine kleben müsste. Ha, ha, ha. Oh, Zementsack. Scheiße, jetzt bin ich überladen. Das habe ich jetzt davon. Moment. Können wir uns alkoholisieren? Das könnte doch Spaß machen. Habe ich nicht vielleicht hier irgendwo... Jawohl. Du bist nun von Alkohol abhängig. Yeah. Genau das, was wir nicht wollten. Hm. Was mache ich denn jetzt hier? Äh. Ich habe gedacht, es gibt hier vielleicht einen alternativen Ausgang aus dem Nukleus, aber... Ach du Scheiße. Töne ich mal das an. Wie viele Dosen. Also ich glaube, ich muss demnächst mal ein Adiktole nehmen. Was mache ich denn jetzt? Da war ich ja schon, ja. Da war ich schon. Da könnte ich jetzt einfach runterspringen. Warte mal. Ich speichere nochmal. Ich will jetzt hier nicht aufgehalten werden. Ich möchte mit diesem Wissen, diesem geheimen Wissen, ungesehen, die Anlage verlassen. Wah, wah, wah. Oh mein Gott, nein. Das wäre es jetzt gewesen. Gucken wir mal, ob ich da jetzt einfach an der Wache da draußen vorbeikomme. Oder ob die sagt, nö, you shall not pass. Da, 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 da. Dankeschön. Ebenso Gesundheit und so weiter. Ich schleiche jetzt mal da hoch. So geil, das kann ich auch alles mitnehmen. Ich will jetzt mal gucken, was hier oben noch ist, ne. Nicht, dass ich irgendetwas übersehe, weil ich glaube nämlich, dass sobald ich Dima diese Information gebe, könnte es sein, dass ich eine Entscheidung getroffen dann habe, die ich nicht mehr rückgängig machen kann. Okay, Amtshandlung Nummer 1, bevor wir das jetzt mit Dima hier noch machen. Wir gehen jetzt hier zu Longfellows Hütte und holen uns auf jeden Fall, äh, wie heißt er? Den lieben Nick. Weil der ist, das haben wir jetzt in dieser Erinnerung, äh, am Ende jetzt noch gesehen, der ist definitiv wichtig. So. Keine Ahnung, wo er jetzt genau ist, aber er ist definitiv wichtig. Wir werfen da alles mögliche rein. Warum habe ich jetzt hier 400 am Start? Ich weiß es nicht. Ich muss ganz, ganz kurz ein paar Sachen rausschmeißen. Atomsurteil, genau. Impulsgranate rein, rein. Gryomine rein, rein. Molly rein, rein. Nukagranate. Ähm, Splittergranate. Es gibt ein paar Waffen, die ich jetzt hier kurz mal dann doch nochmal, jetzt am Ende der Folge hier kurz mal wieder auf die, ähm, Atomsurteil bringe ich jetzt hier mal auf die Eins, halt, nee, warte mal, auf die Eins. Was ist auf der Eins? Das ist das Atomsurteil. Dann auf der Zwei habe ich das hier und auf der Drei habe ich das da. Na, na, dann stimmt's doch. Äh, nein. Äh, Moment, das ist hier meine Kleidung. Drei Spitz des Käpt'ns. Ne, warte mal. Ha, den will ich schon mit mir rumschleppen, der wiegt nicht viel. Und der kann mir hin und wieder mal, falls ich doch mal Intelligenz brauche, Intelligenz bringen. Das hier brauche ich nicht. Äh, brauche ich nicht. Das will ich haben. Äh. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Brauche ich nicht. Äh, und ansonsten haben wir eigentlich jetzt nicht mehr zu viel. Ja, ich möchte im Dunkeln unterwegs sein. Dunkelheit ist mein Freund. So, Adiktol. Habe ich jetzt eingeworfen. Jo. Gehen wir. Gut, gehen wir. Moment, muss niesen. Äh, so. Entschuldigung. Und, äh, ja, das soll es mal wieder gewesen sein von dieser Folge, liebe Leute. Mit der Ausstattung. Um sowas hätte ich in der Agentur auch gerne. Wovon redet der? Keine Ahnung. Wir machen ja nochmal ganz, ganz kurz ein bisschen Gedöns. Und dann sehen wir uns wieder, liebe Leute, in der nächsten Folge. Ich glaube, ich glaube, so langsam aber sicher, dass wir jetzt wirklich ans Ende dieses DLCs kommen. Ich rechne auch ganz, ganz groß damit, dass es am Ende noch, im wahrsten Sinne des Wortes, einen großen Knall geben wird. Würde mich definitiv nicht... Oh, ein wahres Gebräu. Ach, da kommt der Pflanzensaft zum Start. Ah. Sicher, dass du im Dunkeln unterwegs sein kannst. Schlingerbrei. Aha. Finde ich cool. Gut, liebe Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und... Ade.